Wederendungen, das ist das Wort des Jahres. Ich wollte alles außer Shiny, weil ich ein Pokémon bringen musste. Shiny Wombol Instant und im Mond alles außer einen Shiny. Bitte Shiny Wommel. Oh, das ist bitter. Danke fürs folgenden Jungle und willkommen zum Stream. Im Shiny Hunt Stream habe ich dir zwei Shinies auf Ansage gegeben. Und jetzt vor für Effekt nichts funktioniert. Das ist echt traurig, ne? So, zwei Stück auf Ansage und danach nichts mehr. Sad, sad, sad. Lol, wenn das hier bei 666 kommt, begehe ich Suizid. Ich glaube, dann sollte ich mir Sorgen machen und mal vielleicht einen Exorcisten hier hinrufen und mal meinen 3DS bereinigen lassen. Aber ansonsten alles cool. Schlinking darf Fleckmons Schweif kosten, wenn es schon... Oh, das ist Amish Fleckmon. Wie heißt es auf Twitter? Benel, da unten links ist ein... Sind so drei Pfeile, siehst du die? Und da ist, äh... Atchisomania YouTube. Was? Ja! Huh! Leute, Shiny Hype bei 646! Haha! Nice! Easy, sag ich. Easy! Doch kein 31er, richtig. Uh, Leute, Shiny Hype in den Chat, guys. Shiny Hype in den Chat. Nice, 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 nice. So einfach geht das, Leute. Shiny Hype like a pro geht das. So einfach, so einfach mach ich das. Okay, wir machen mal hier den Ultraball. Hi YouTube, E-Beams. Genau. Okay, ich glaube, wir müssen da ein bisschen schwächen. Ich will es auch ungern töten. Ich habe Angst, dass das Ding vielleicht stirbt. Und... Blondenkopf. Okay. Best Dingbus ist gar nicht nice, ne? Ähm... Spookmon rufen. Ja, ist auch sehr gut, wenn mein Team so halbtot ist, ne? Sehr nice. Ähm... Ja, ich mache mal Akrobatik hier, glaube ich. Akrobatik ist, glaube ich, hier am sichersten. Ich kenne gerade nicht die Death-Werte. Ich weiß nur, dass Schlinking eine insane HP-Base hat. Mehr weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir aber hier... Jetzt haben wir aber hier genug KP reingedrückt, um das zu fangen, glaube ich. Okay, komm an, komm an, komm an, komm an, komm an, komm an. Flottball muss... Flottball, Flottball, was? Ultraball go. Nicht töten, T-Sue. Nein, auf keinen Fall. Wenn ich das Ding töten würde, dann würde ich mir das nie verzeihen können, glaube ich. Yes! Und wir haben es gefangen, Leute. Und da ist es... Das war's.